ja hallo wie geht's denn so ja ja standard spruch mittlerweile ich bin wieder hier sind Wale und hinter uns steht die Burg von Lothric die haben wir endlich mal durchgearbeitet ja abgegrast gesammelt was man konnte drum herum ist die schöne Berglandschaft daneben hier das schöne Meer und ja jetzt sind wir hier und was mir noch aufgefallen ist dass ja also was mir aufgefallen ist dass wir also ich will grehen naja meine Glut nicht mehr habe warum weil ich gestorben naja niedergestreckt wurde sagen wir es mal so ok ja gewichtsverhalten ist 39,3 39 69,3 prozent ja was ist wer ist der Bogenschütze da oben ist er wirklich so groß oder ist das nur eine Statue ne die bewegt sich wirklich oh ok auf jeden fall weiter geht's äh ja in der letzten Folge haben wir in Lothric alles zu Ende gemacht was es noch gab ähm ich habe nichts unnötiges ausgesucht nein habe ich nicht ok ähm ja mal gucken wie es jetzt hier weiter geht ist da was nein so die Karte kann ich runter ja ich will es nicht probieren äh ich habe die Lothric damals mit das Kleber hier abgegrast also durchgeschaut durchgeguckt ne das hier will ich mal jetzt alleine mal machen äh ja ich meine schaut euch nur das schöne Schwert und die schönen Stiefel an Entschuldigung ne ähm Ah Großes, jeder eines verlorenen Leichtnams Ja super ok Ok Die Geräusche ist nicht in Ordnung oder die Lautstärke Ja vermutlich Nehmen wir mal die Treppe runter Ah ja schöne Holzbauerhautungen Oh Das sind Hunde Hm Ach komm ich hab's ja auch ohne Fackel Ich hab gehört die Die sind allerg Ahem Ah Ah Warte mal wie ist das noch mal Allergisch nicht allergisch 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 Gegen Was machen die da betteln die? Darf man da nicht rein oder was? Äh Ah 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 ich glaube die siedlung ist uns nicht willkommen ok das da ist ein Hebel das überrascht ok also ja ok älter das war schon ein bisschen krass für meine verhältnisse steht da jemand zauberautos oder was keine ahme hallo da hängen krähen als das große krähen und da hängen körper das ist ja mal ein tolles level oh man ich bin so also ich komme mir da ganz unbehagend vor ich fange schon an zu stottern ich habe diese frage ist ab 18 dann ok 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 gleich sto gesprch für mich köderschädel 2 das Das lockt bestimmte Arten von Feinden an. Ist das ein Kristallschädel? Lockt das, keine Ahnung, einen bösen Indiana Jones an? Hm. Keine Ahnung. Einwiesig kann ich hier niemanden? Ist hier irgendwas? Sitzt da was, wartet da was? Äh... Wirf mir den Tod durch meinen Feindeln. Oh. Ich hab mich schon gewundert, warum unten plötzlich hier... ... in etwas dunkler Rand aufgetaucht ist. Was ist denn los mit dem? Oh, ist das ein Item? Oh, ein Item! Wir sind alle scheinbar hier tot. Einmal Knochen, hey! Kann ich da runter? Oh! Da liegt ein toter Drache. Ich frage mich, ob da Dorakin hier war. Äh, okay. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum die Brücke kaputt ist. Ähm, okay. Sprechen wir mal mit dem... ... der da war. Das ist der Einzige, das ich... Das ist der Einzige, das ich auch gesehen, okay. Reden. Oh! Oh, dann ist es wahr. Ein Aschermeister, wahrlich und leidhaftig. Jaaa... Eure Anwesenheit hat mich sehr. Okay. Ich bin Mjöl von Londor. Ein Pilgrim, wie Sie sehen können, nur... ... dass ich irgendwie... ... ich verabschiede, dass ich sterbe, wie ich ordene war. Aber vielleicht meine Begriffe liegt überall. Sag, Champion of Asch. Wie hat die Idee, mich zu deinem Service gebracht? Hä? Ich war mal ein Sorcerer. Sicherlich kann ich von Use sein. Gibt's Gefährten? Hä? Jaaa... Oh, ich bin wirklich honnert. Okay. Sie sollten sterben sein. Sie haben mir eine Aufgabe gesiegt. Du hast mir ein Neues gegeben. Ich, Jöl von Londor, ...solemnlich spreche mich selbst zu dir. Okay. Dann machen die alle halt den Ninja-Move, okay. Ähm... ... Okay, ein Zauberer. Oh, wow! Oh, toll. Bevor ich mit dem rede oder irgendwas mache, sollte ich vielleicht Prima einfach mal fragen. Nur um sicher zu gehen, ich möchte jetzt nichts falsch machen für das Let's Play und so. Bist du böse? Der redet nicht mit mir. Oh, ein Leuchtfeuer. Da ist Brüssel. Da hat die Hunde auf die schwachen Unschuldigen gehetzt. Warum auch immer. Na ja, auf jeden Fall schwachen. Ähm... Okay... Pijana-Friedwürfel und so. Erstmal das, das ist das Lagerfeuer hier. So. Leuchtfeuer entzünden. Sehr gut. Das ist... Ah! Die Stadtsache kommt, dies scheint. Ähm, okay. So nah ein Feuer. Am anderen, okay. Das hört auf ein Geräusch. Äh! Wütende Bauern oder was? Wütende Bauern oder was? ok wo ist die musik eigentlich ist hier ist ja leise hallo was ich zum tun aber was muss ich da soll ich da warte mal oh moment da kann ich da hoch Okay. 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 So kann ich nicht da. Nö, kann ich nicht. Okay. Ich kann Leiche runter schneiden. Warte, kann ich den da. Oh. Nee. Na gut. Ja. Unterhalten. Oh. Da wächst eine Leiche etwas. Ähm. Oh. Okay. Okay. Ah ja. Vielleicht sollte ich ein bisschen Horrormusik mit einfügen. So zum Ambiente. Oh. Kleiner Leiterschüt. Oh. Ah. Oh. 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 Was war das? Oh, komm schon! Mann! Damage! Mann! Mann! Ach komm! Ich nehme nicht! Ich komme erst mal dahin! Was bist du denn? Noch ein Typ? Noch ein Kreirat? Keine Ahnung! Kreirat Spadi oder so? Okay! Ich bin gerade ein bisschen leise, habe ich das Gefühl! Ich meine, hier gibt es ja keinen Drachen, also kann ich ja mal vielleicht die Soundeffekte höher schalten! Da unten liegt noch was! Es wird doch was! Ah, ich kann auch einfach anrollen! Was ist es zu wissen! Neee! Das sollte ich mal vielleicht lassen oder vorsichtig machen? Ah! Schau mal wer da unten hockt. Hier sind wir schon ein verkohltes Haarspindel. Danke schön. Immer schön hier. Ach! Was wollen wir da hinten an der Wand hängen? Ah ja. Ah! Ah! Oh! Oh, okay! Okay. Entschuldigt, wenn ich gerade wenig rede. Ich bin nicht feige Reparaturprüfung. Okay. Ich bin vorsichtig. Ich meine, ich habe ein seltsames Gefühl hier. Wo kann ich da hin ohne runter zu schneiden? Das muss ich ja runterschneiden, ne? Okay. Kann ich hier eigentlich... Oh! Ha! Erwachschen noch. Okay. Okay. Also, leichen schenten möchte ich jetzt hier eher nicht. Gibt es da noch was? Hier ist ja nur ein Typ, der da oben hängt. Drei Typen. Komm doch her, du. Komm her, ich habe keine Angst vor dir. Da ist noch einer. Okay. Ist das du für mich? Verkohltes Holzbündel. Ich möchte immer Holzbündel sagen. Oh! Kleine Unterbrechung. So, das war die kleine Unterbrechung. Tut mir leid. Okay. Ist sonst nichts mehr. Oh! Okay. Oder Spiney got off, hier. Gibt es denn eine Revolution? Oder was ist denn hier? Viva Revoluzer oder so? Ich habe noch eine Verlore. Oh! Oh! Okay. War... Moment. Äh... War... Moment. War Loretta Didi hier? War das die von Kaira? Die Freundin? Oder... Keine Ahnung. Oh! Oh! Alter! Was ging denn hier ab? Okay. Das sind schon mehr als 20 Minuten. Ich würde sagen... Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Morgen. Und dann ein paar Mal. Dr recom이�ium. Was war der Zeug? Und dann stehe her! Untertitelung des ZDF, 2020